Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute da und freue mich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guard präsentieren. Heute geht es um einen Toy, was wir aus Patch 8.3 uns holen können. Und zwar müssen wir dazu einmal die Invasion hier in Uldum freischalten und dann danach den Ruf bei der Fraktion in Uldum hochbasteln. Und zwar ist das hier das Abkommen von Uldum. Und dort können wir dann bei der Händlerin ein Toy kaufen. Das schimpft sich leeren Tentakel Haustierleine. Und für dieses brauchen wir zweierlei Währungen. Und zwar einmal müssen wir die polierten Haustierglücksbringer uns besorgen. Davon brauchen wir 20 Stück. Die bekommt ihr unter anderem, wenn ihr Pet Battle Meister in BFA besiegt. Vor allem dann, wenn sie dementsprechend als World Quest auf der Map erscheinen. Oder wo ich mir die Dinge hauptsächlich herhole, sind die Missionen auf dem Schiff im Missionstisch. Da kriegt ihr relativ viele nebenbei. Könnt ihr auch mit Twings machen und die dementsprechend auf einen Charge schicken. Hier brauchen wir nur 20. Die kann man sich an einem Tag ganz bequem zusammenfahren. Das andere, was wir brauchen, sind verderbte Andenken. Die bekommt ihr bei den World Quests hier. Teilweise bei verderbten Mobs und oder auch bei den Visions of Enzot. Und da sind 100 jetzt auch nicht sonderlich viele. Ich habe jetzt 1500 noch rumliegen. Und ja, die schmerzen jetzt auch nicht die 100. Das Schwierige ist an der Geschichte, dass ihr den Ruf hier einmal auf respektvoll hochspielen müsst. Dafür könnt ihr sowohl beim Angriff der Amatet als auch diesen selektiven Viecher. Oder auch, wenn das Schwarze Imperium angreift, einfach die Dailies machen. Und vor allem, was relativ viel bringt, wenn ihr den Angriff abschließt. Da kriegt ihr, glaube ich, immer 1500 Ruf. Und da bietet es sich gerade an, es ist nämlich gerade Dunkelmondi am Markt, einfach sich den Buff mitzunehmen. Und dann gibt es relativ schnell den Ruf hier hoch. Es gibt auch für Illden-Schriftenkunde einmal hier einen Vertrag, wo ihr dann auch dementsprechend wieder 10 extra Ruf für jede World Quest bekommt. Das würde sie auch noch anbieten, wenn man sich den holt. Die sind immer aber relativ teuer noch im Moment. Darf vielleicht noch ein bisschen warten, sich den Vertrag holen. Dann kann man durch ein bisschen World Quests machen, und dementsprechend auch einmal den Ruf steigern. Genau, das war es soweit, was ihr wissen müsst, um dementsprechend das Toy kaufen zu können. Wir können es jetzt mal angucken. Wir brauchen nämlich hier einen, oder einen Pet am besten. Und dann können wir hier dieses Toy einmal einsetzen. Das ist hier leeren Tentakel-Haustier-Leine. Und die ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Ihr habt einfach eine Leine für so ein Haustier. Und dementsprechend ist das halt, ja, so ein Liderstrahl, hätte ich jetzt mal dazu gesagt. Also, es ist ein sehr unspektakuläres Toy. Aber für die Sammlung und für Sie-Chiefen ist es natürlich dann wieder eine nette Sache, dass man eins mehr hat. Und der Aufwand ist jetzt hier minimal, weil ihr, denke ich mal, für das Chargieren und andere Interaktionen dementsprechend hier sowieso den Ruf hochspielt. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.